Ich grüße euch zu unserer Predigt heute. Wie ich schon letztes Mal gesagt habe, wollen wir die Gedanken fortsetzen vom letzten Mal. Und wir wollen sie natürlich auch wieder aufgreifen. Wir stellen uns die Frage, wieso konnte Jesus versucht werden wie wir ohne Sünde? Der Bibeltext, den fühlen wir uns vor Augen. Das ist Hebräer 4, Vers 15. Hebräer 4, Vers 15. Hebräer 4, Vers 15. Den wollen wir mal zusammen noch mal lesen. Wieso konnte Jesus ohne Sünde versucht werden wie wir? Hier steht es ja in dem Vers. Und da heißt es, denn wir haben nicht einen hohen Priester, denn ich könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Und das ist ein wichtiger Punkt, darüber schon bestimmt etliche Predigten gehalten, die diesen Gedanken betonen, dass er versucht worden ist wie wir ohne Sünde. Das heißt, dass er unsere Natur hatte, dass er auch wirklich uns mitfühlen kann, dass er nicht hier als eine Art Superman kam, der bewiesen hat, wie Gott überwinden kann, sondern der in unserem Rüstzeug, in unserem Fleisch, in unserer Kraft, also der Kraft, die uns zur Verfügung steht, nicht in der menschlichen Kraft, aber in der Verbindung mit Gott, die Sünde überwunden hat. Aber betont wird hier der Gedanke, in allem wie wir. Aber wir stellen uns dann die Frage, naja, was ficht mich denn so an? Und da ist ja bei jedem irgendwas anderes. Und das sind in der Regel die Dinge, die wir uns zu sündigen Gewohnheiten gemacht haben, die uns besonders schwer fallen, nicht wahr? Oder gar Süchte, denen wir ausgesetzt sind oder von denen wir loskommen wollen. Und da ist es für den einen die Zigarette und für den anderen aber wieder gar nicht. Aber wenn der Raucher jetzt überlegt, wie kann er denn diese Sucht lassen, so viele Jahre, wie er schon probiert und nicht schafft, was nutzt ihm da das Wort, der in allem versucht worden ist wie wir? Hat Jesus auch sich das Rauchen abgewöhnen müssen? Natürlich nicht, ne? Also und diese Gedanken führen uns dazu, wieso kann das sein, dass er in allem versucht worden ist wie wir, obwohl er die Sünde nicht kannte? Wenn uns doch die Sünde gerade so sehr anficht. Und da haben wir uns dieses Zeugnis hier auch vorgenommen, wo uns gesagt wird, wie seine Natur war und an welchem Schritt wir zu weit gehen würden. Hier heißt es, sei sorgfältig, äußerst sorgfältig, wie du die menschliche Natur Christi behandelst. Stelle in den Leuten nicht als einen Menschen mit dem Hang zur Sünde dar. Er ist der zweite Adam. Das war unser Thema von letztes Mal. Der zweite Adam, er hat keinen Hang zur Sünde. Jetzt der erste Adam ist gefallen und aufgrund der Sünde, das ist das, was hier jetzt schwarz ist, aufgrund der Sünde wurde Adams Nachkommenschaft, das sind wir, mit innewohnenden Neigung zum Ungehorsam geboren. Also unsere Eigenheit ist es, dass wir diesen innewohnenden Neigung zum Ungehorsam haben in uns. Doch Jesus Christus war der eingeborene Sohn Gottes. Er nahm die menschliche Natur auf sich und wurde in allen Dingen versucht, wie die menschliche Natur versucht wird. Er hätte sündigen können, er hätte fallen können, aber kein einzeln Augenblick war in ihm ein Hang zum Bösen vorhanden. Also nun hatte er nicht den Hang zum Bösen wie wir und doch wurde er versucht wie wir ohne Sünde. Nie in keiner Weise hinterlasse in den Gedanken der Menschen den geringsten Eindruck, dass ein Flecken oder eine Neigung zur Verdorbenheit auf Christus lastete oder dass er in irgendeiner Weise der Verdorbenheit nachgab. Er wurde in allen Dingen versucht wie ein Mensch, doch wird er der Heilige genannt. Es ist ein Geheimnis, das Sterblichen unerklärt gelassen wird, dass Christus versucht ist, allen Teilen gleich wie wir, doch ohne Sünde. Die Fleischwertung Christi ist ein Geheimnis und wird stets ein Geheimnis bleiben. Was offenbart worden ist für uns und unsere Kinder, doch sei jeder gründlich gewarnt, Christus ganz und gar menschlich darzustellen, so wie wir selbst sind, denn das kann nicht sein. Also, wir haben letztes Mal gesagt, oder es ist auf den Punkt gebracht, ich finde das ist sehr gut auf den Punkt gebracht, durch diesen Ausdruck, Christus nahm unsere Natur an, gefallen, aber nicht verdorben. He took our nature, fallen, but not corrupted. So, wenn wir jetzt, lassen wir uns mal dazu noch einen Bibeltext sehen, denn Jesus sagt es ja auch selbst, in Johannes 8, Vers 23, Johannes 8, Vers 23 und Vers 24, lesen wir mal diese beiden Verse, wer es hatte, kann sie gerne mal lesen. Mit Mikro dann, mit Mikro ist immer gut, dann hören es alle. Und er sprach zu ihnen, ihr seid von unten, ich bin von oben, ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. 23. 24, lesen wir mit. 24. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Ja. Ihr seid von dem, was unten ist. Zu wem redet er? Also, zu uns. Also, wir waren zwar nicht da auf der Welt, aber er meint uns natürlich auch. Ihr seid von dem, was unten ist, ich bin von dem, was oben ist. Also, wir können ihm ja entfliehen. Wollen wir das ja nicht vorenthalten. Wir können ja auch von Neuem geboren werden. Das ist eine Geburt von oben her. Aber unsere natürliche Geburt ist von unten her. Und wieso sind wir von dieser Welt? Von unserer Natur her sind wir verloren. Wir sind ungerecht. Wir haben nichts Gerechtes an uns. Und deswegen sagt ja Jesus auch zu Nikodemus, Nikodemus in Johannes 3, Vers 3 und Vers 5, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, aus Wasser und Geist, sonst kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Also, wir haben keinen Anteil an der Erlösung, wenn wir nicht von Neuem geboren werden. Unsere natürliche Geburt, so wie wir sind, verurteilt uns zu dem Schicksal der Sünder. Und das zeigt, dass unser natürliches in die Welt kommen uns kein Status der Gerechtigkeit verschafft, sondern der Ungerechtigkeit. Wir erben von Adam nichts anderes als Sünde und Tod. Aber von Christus, dem zweiten Adam, können wir durch den Glauben Gerechtigkeit empfangen. Und das zeigt einen wichtigen Unterschied, den wir jetzt begreifen müssen, wenn wir diesen Gegenstand verstehen wollen, warum Jesus versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Es ist hier also ein Unterschied in Jesu Natur im Vergleich zu unserer, nicht, dass er weniger menschlich ist. Er war ganz Mensch, so wie wir, aber er musste sich nicht bekehren. Er ist der zweite Adam, er war gerecht. In Lukas 23, 47 sagt ja der Hauptmann von Jesus am Kreuz, dieser Mensch war war gerecht. Ja, er war, ja, Lukas 23, 47 dieser Mensch war gerecht. Wir aber, das stellt die Bibel dar, sind ungerecht. Kein Lebendiger ist gerecht. Und die gerechten Werke, die wir wirken, haben vor Gott keinen Wert. Aber die Werke, die Christus wirkte, bilden die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Seht ihr den Unterschied? Seht ihr aufmerksam? Also, Christus konnte in diese Welt kommen und Werke der Gerechtigkeit wirken, die für uns, wenn wir sie im Glauben annehmen, eine Gerechtigkeit wirkt, die vor Gott gilt. Wenn unser einer aber Werke der Gerechtigkeit tut, dann haben sie vor Gott keinen Wert. Weil wir verderbt sind von unserer Sünde. Ja, Patricia? Nur damit ich es verstehe. Erst wenn wir dann neu geboren sind, dann, wenn wir dann gerecht sind, dann hat es vor Gott dann wieder Wert. Nein, gar keinen Wert. Nur Wert durch die Verdienste Christi. Das Einzige, was Wert hat vor Gott, sind die Verdienste Christi. Und die können wir im Glauben annehmen. Und was passiert bei der Taufe, ist, dass wir eine neue Gesinnung, also wir kriegen durch die Wiedergeburt eine neue Gesinnung und lassen sich als Ausdruck dessen Taufen und Gott wirkt die Werke durch uns oder Christus wirkt durch uns. Epheser 2, 8 bis 10, wenn du das aufschreiben möchtest. Ja, es ist nicht unser Fleisch und unsere Natur, die Werke der Gerechtigkeit wirken können, aber Christus kann durch uns wirken. Also unser Tun hat keinen Wert, also keinen Wert zu unserer Erlösung natürlich. Gott will, dass wir gute Werke wirken, nicht, dass er mich falsch versteht. Er will, dass wir, dass in unserem Leben gute Werke als Früchte sich zeigen. Aber sie können nur im Glauben an Christus gewirkt werden und wenn unser Name vor dem Thron Gottes aufgerufen wird und unser Fall beurteilt wird, zählen allein die Verdienste Christi, seine Werke, seine Gerechtigkeit. Es kann sich keiner von uns auf die Schulter klopfen und sagen, toll, ich bin so ein regelmäßiger Besucher des Sabbatgottesdienstes, ich bin so barmherzig und so Christus ähnlich in meinem Tun und dann zähle ich alles auf. Dann sind wir nichts anderes als der Pharisäer, der neben dem Zöllner stand in dem Gleichnis Jesu und sich selbst lobte für all das, was er Gutes tut und dankte dafür, dass er nicht so ist wie dieser Zöllner da. Von Thron Gottes können wir nicht um nichts anderes als um Gnade winseln und nicht unsere Werke als Verdienste vorbringen. Unsere Werke haben kein Verdienst für unsere Erlösung. Allein die Verdienste Christi, das, was Christus für uns getan hat. Wir können es nur auf Christus berufen. Christus, 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 allein er und nicht wir. Aber es liegt im Plan seiner Erlösung für uns, dass er uns verändert. Dass er uns verändert, dass er in uns das wirkt, was wir aus uns heraus nicht tun können. Und das Schönste ist, was du erleben kannst, ist, dass du in deinem Bewusstsein etwas falsch zu tun kämpfst und kämpfst und kämpfst und nicht schaffst. Und wenn du Christus zu Füßen legst, erlebst, dass er es wirkt für dich. Wie oft habe ich einen Raucher gelebt, die rauchen und rauchen und kommen nicht los und sie kommen zum Glauben und es ist auf einmal für sie einfach. Es ist natürlich nicht alles vielleicht so einfach, wie in diesem Beispiel, aber es muss unsere Erfahrung sein, dass es Christus ist, der in uns das wirkt. Aber wir brauchen dieses Verständnis, dass wir nicht irgendeine Leistung vollbringen, wenn wir ein gutes Werk tun. Es ist keine Leistung, es ist Gnade, die uns zuteil wird. Wir können uns nicht rühmen für das, was wir schon tun oder was Christus in uns wirkt. Können wir uns nicht rühmen, sondern wir können allein Gott dafür rühmen. und so ist es auch. Nur wenn er in uns wirkt, dann können gute Werke in uns gewirkt werden. Warum? Weil wir von unserer Natur her böse sind, verderbt, verdorben. Wir sind verdorben. Und das macht Jesus auch deutlich, als er zum Beispiel sagt, ihr, die ihr böse seid, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben können. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch geben, worum ihr ihn bittet? Das heißt, wir haben eine Natur, die verdorben ist durch die Sünde und das heißt, wir können uns nicht aus unserem eigenen Schopf, aus dem Schlamm ziehen. Wir können nicht durch unsere eigenen Werke versuchen, uns besser zu machen, nicht durch Vornehmen, nicht durch Anstrengen, nicht durch unsere eigene Kraft. Unmöglich. Absolut unmöglich. Sondern wir brauchen Christus. Aber Christus ist in die Welt gekommen und er ist nicht böse geworden, er ist nicht ein Teil des bösen Geschlechts geworden, er ist uns gleich geworden als Mensch, aber er ist hier auf diese Welt gekommen, nicht um die Sünde selber zu tun oder die Sünde zu schmecken, sondern er kam ja hier als jemand, der der Sünde widerstand, nicht wahr? Er kam ja nicht um verdorben zu sein, sondern er kam um zu zeigen, dass in unserer menschlichen Natur der Sieg über die Sünde möglich ist. Er kam also auf unsere Ebene, aber nicht auf die Ebene unserer Verdorbenheit, er kam auf die Ebene der Teilhaberschaft in der göttlichen Natur, im gefallenen Fleisch. ich habe jetzt hier meine Linie gezeichnet und ihr seht eine blaue und ein graue Pfeil, der da hingeht und das soll eigentlich nur das ausdrücken, was wir in dem Bibelferst gelesen haben, ich bin von oben her und ihr seid von unten her, aber er begegnet uns auf unserer Ebene, er nimmt unsere Natur an, aber nicht aus der Verderbtheit. Wir kommen aus der Verdorbenheit auf diese Ebene der Nachfolge Christi. Wir als Nachfolge Christi sind ja Menschen, oder? Haben ja die menschliche Natur, nicht wahr? Und die zieht uns immer nach unten. Aber Christus ist von oben her, ist auf dieser menschlichen Natur, aber er ist von oben her und genau das wollen wir jetzt noch mal ein bisschen besser verstehen, denn ich will hier den Begriff hinzufügen, der Teilhaberschaft der göttlichen Natur. Habt ihr ihn schon mal gehört? Der steht in 2. Petrus Kapitel 1 Vers 4. 2. Petrus 1 Vers 4. Schlag da mal auf, ich hab's nicht an der Wand, aber 2. Petrus 1 Vers 4. Naja, warte mal, lassen wir das mal kurz weg, Henrik, kannst du mal wieder ausblenden. Das Zeugnis lesen wir nämlich gleich. Wir lesen jetzt erstmal den Bibelfers, 2. Petrus 1 Vers 4. Durch sie sind uns die teuren allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid, der verderblichen Begierde in der Welt. Also, schaut einmal wieder auf diese Leiste. Wir sind entronnen, das zeigt jetzt hier der graue Pfeil, wir sind entronnen der verderblichen Begierde in der Welt und sind Anteil Teilhaber geworden an der göttlichen Natur. Also, wir können in unserer menschlichen Natur Teilhaber der göttlichen Natur werden. Das ist also ein Ausdruck, der uns nicht zu Gott macht, nicht, dass wir den falsch verstehen, sondern ein Ausdruck, der uns zeigt, dass wir an der göttlichen charakterlichen Natur Anteil haben können. Wir können, wir sind also nicht gezwungen zu sündigen, wenn wir Christus haben. Wir können der Sünde entfliehen, der Begierde in der Welt und Teilhaber der göttlichen Natur werden. Und auf dieser Ebene ist Christus auch auf dieser Erde gewandelt und hat es uns vorgemacht. Er hat es uns vorgemacht, dass es funktioniert und wie es funktioniert. Und hier im Science of the Times, Bibelkommentar 566, heißt es, er nahm die Schwächen der menschlichen Natur an, um geprüft und getestet zu werden. In seiner menschlichen Natur war er was? Teilhaber der göttlichen Natur. Und jetzt müssen wir die Begriffe im Kopf nicht durcheinander bringen. Denn er war in der menschlichen Natur und er war Teil als solcher in seiner menschlichen Natur war er Teilhaber der göttlichen Natur. Wir haben ja letztes Mal gesagt, dass er nicht nur die menschliche Natur hatte, sondern auch die göttliche. War das ein Mischmasch, göttliche und menschliche Natur? Nein. Sie waren nicht gemischt, sondern nur die göttliche Natur war verhüllt durch die menschliche Natur. Er war Gott, aber er erschien nicht als Gott. Und es war auch nicht sein göttliches Ich. Darf ich mal vom göttlichen Ich reden, um das abzugrenzen von der Teilhaberschaft der göttlichen Natur. Sein göttliches Ich in sich war etwas, auf das er nicht zugriff, um zu überwinden. Er hatte nur seine menschliche Natur verwendet und in dieser menschlichen Natur war er Teilhaber der göttlichen Natur. Also können wir das auch sein? Wir in unserer menschlichen Natur können auch Teilhaber der göttlichen Natur sein. Und das hat Jesus uns vorgemacht. In seiner menschlichen Natur war er Teilhaber der göttlichen Natur. Und das war sein Kampf. Wir kämpfen ja, um auf dieser Ebene zu bleiben, indem wir nicht wieder in unsere alte Natur zurückfallen. Immer der Kampf gegen die alte Natur, nicht wahr? Also wir haben einen Kampf gegen unsere alte Natur. Das heißt, wenn wir jetzt auf den Weg Christus nachfolgen, dann mögen wir manche Anfechtung haben. Und manchmal geht das sogar bis hin zur Verfolgung, bis zur Bedrohung unseres Lebens, vielleicht aber auch erstmal unserer Existenz. So denken wir oft, dass wir einen Beruf verlieren, wenn wir gotttreu sind oder sonst was. Das ist eine Anfechtung, oder? Und wie sind wir geneigt, dieser Anfechtung zu entfliehen? Fleischlich gesehen. Ja, bitte, Patricia. Wir indem wir es verleugnen und verstecken, wir sagen dann einfach, ach komm, also ich gehe wieder zurück auf meine niedrigere Ebene, ich verleugne das Ganze und dann habe ich dieses Problem der Anfechtung auf dieser Ebene der göttlichen Natur zu bleiben nicht mehr. Christus erkannte diesen Kampf auch, aber was hätte ihn denn gerettet aus seiner Anfechtung? Wenn Christus jetzt gesagt hätte, ach, ist mir alles zu anstrengend, zu schwierig, zu viel, er hätte gesagt, ich gehe wieder zurück, wo ich hergekommen bin. Er hätte sagen müssen, ich lasse die verloren gehen, aber ich gehe zurück, kann das nicht mehr, Vater, nimm mich zurück. Und das wäre nicht ein Zurückfallen auf die Ebene, in der wir zurückfallen, sondern eine Ebene, von der er kam, von oben her. Aber ist das weniger Anfechtung, das weniger Spannungsfeld, als das, in dem wir ausgesetzt sind? Hier heißt es, es war für den Fürsten des Lebens eine schwere Aufgabe, den Plan auszuführen, den er zur Erlösung des Menschen in Angriff genommen hatte, indem er seine Göttlichkeit mit Menschlichkeit bekleidete. Er hatte Ehre in den himmlischen Höfen empfang und war mit absoluter Macht vertraut. Es war für ihn ebenso schwierig, die Ebene der menschlichen Natur beizuhalten, wie für Menschen, sich über die niedrige Ebene ihrer verdorbenen Natur zu erheben und an der göttlichen Natur teilzuhaben. Also hier werden die beiden Ebenen auch dargestellt. Die Ebene der menschlichen Natur sollte er beibehalten. Und so ist es auch für uns schwierig, die Ebene unserer verdorbenen Natur uns darüber hinaus zu erheben und die Ebene der göttlichen Natur beizubehalten. Beides geht nur für Christus wie auch für uns, indem wir uns auf Gott im Glauben berufen, indem wir beten, indem wir uns selbst verleugnen, und die Verheißung des Wortes Gottes in Anspruch nehmen. Das ist der Kampf, den Jesus geführt hat und den wir auch führen dürfen. Auf dieser Ebene der Teilhaberschaft der göttlichen Natur zu bleiben. Und so wurde Jesus ja auch versucht, denn der Teufel kam ja zu ihm nicht und versuchte ihn mit Drogen oder mit teuren Autos oder Partys oder sonst irgendwas, was für unsere Versuchung sein mag, je nachdem, wie die Neihungen sind, sondern wie hat er ihn versucht in der Wüste? Matthäus 4, Vers 3, Matthäus 4, Vers 3, Matthäus 4, Vers 3, da ist es, und der Versucher, das ist Satan, trag zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine zu Brot werden. Auf welcher Ebene hat er versucht? Er hat sein Stolz herausgefordert, wenn du Gott bist, dann beweis es. Ja, genau, aber was hat er in ihm angesprochen? Er war von Natur aus nicht stolz, aber Ramona? Ramona? Seine göttliche Macht in Anspruch zu nehmen. Ja, nicht wahr? Sein göttliches Ich zu benutzen, um sich aus dieser Situation zu befreien. Es hätte er tun können, sonst wäre es ja keine Versuchung. Wenn wir jetzt sagen, es hätte er gar nicht tun können, wäre es keine Versuchung. Er hat es vielleicht nicht können, so wie Luther auch sagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Aber der Zugang war schon da. Der Zugang, sich aus dieser Situation durch sein göttliches Ich oder seine göttliche Macht zu retten, wäre da gewesen. Es war also eine Anfechtung, die an seine innere Natur oder seine alte Natur, wenn ich den Begriff hier verwende, sich richtete, also an seine göttliche, sein eigenes göttliches Wesen. Er hätte damit aber Misstrauen gegenüber seinem Vater offenbart, Unglaube letzten Endes und der Erlösungsplan wäre vereitelt worden. Weil Christus nur in dem Werkzeug hier auf Erden wirken durfte zur Überwindung der Sünde, die das auch uns zur Verfügung steht. Wenn er eine andere Quelle genommen hätte zum Überwinden, die uns gar nicht zusteht, wäre bewiesen, dass wir nicht auch Gottes Gesetz halten können. Und er kam, um zu beweisen, dass es dem menschlichen Wesen möglich ist, die Sünde zu überwinden, in der Kraft, die ihm zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, im Glauben an Gott. Auch andere Beispiele habe ich hier erwähnt, wenn ihr euch aufschreiben wollt, auch die Pharisäer kamen ja immer wieder und sagten, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig herab vom Kreuz, auch wieder ein Reizen seiner eigentlichen Göttlichkeit, seiner eigenen Göttlichkeit. Er hätte sich damit aus dieser Situation retten können, aber er durfte es nicht zum eigenen Vorteil anwenden. Leben Jesu. Und Christus durfte ja seine göttliche Kraft nicht zu seinem eigenen Vorteil einsetzen. Er war gekommen, um Prüfungen standzuhalten, wie auch wir Prüfungen bestehen müssen. Er wollte uns durch sein Leben ein Beispiel des Glaubens und der Ergebenheit hinterlassen. Weder jetzt noch später wirkte der Wunder gewirkt, aber nicht um seiner Selbst Willen und nicht um sich selber aus einer Gefahrensituation zu retten. Und jetzt macht euch das mal klar. Also Christus wandelt auf dieser Erde und wir betrachten meistens so spektakuläre Situationen, so Gethsemane und am Kreuz, aber der ganz normale Gang durch die heißen staubigen Straßen von Jerusalem oder wenn er nach Samaria unterwegs war oder wie auch immer. Er ist müde, er ist durstig, er ist hungrig und in sich trägt er doch ein für dieses menschliche Auge das Geheimnis, dass er eigentlich Gott ist, dass er ein göttliches Ich hat. Er ist nicht nur der Menschensohn, er ist auch der Gottessohn und als solche könnte er doch jede Sekunde könnte er doch diese Kraft anzapfen. Dass innerlich Kraft fließt, die ihm wieder erfrischt, die ihm den Durst nimmt, den Hunger oder was auch immer. Die Abgeschlagenheit, Müdigkeit, die uns oft gereizt oder was auch immer macht. All das war ständig für ihn in theoretisch greifbarer Nähe. Und das zu dem zu widerstehen ist nichts anderes als Selbstverleugnung und genau das gleiche haben wir auch zu tun. Und nicht nur Sucht, sondern wir müssen ja auch verschiedene Sachen angehen. Wir gehen durch den Tag, sind müde und erschöpft. Wie sind wir oft gereizt? Lass mich ruhig, bin jetzt müde. Wie auch immer, müssen wir auch widerstehen, oder? Den Geist der Unfröhlichkeit, der Betrübsal, all das, wenn du Kinder hast, wenn du eine gute Mutter bist, musst du immer mit ihnen fröhlich sein und sanftmütig und nicht gereizt. Und das musst du ja jede Sekunde des Tages sein. Und innerlich sagt es in dir immer, wie müde du bist und wie gereizt und das zerrt an deinen Nerven. Dann kommen die Kinder und quaken. Das ist schwer. Aber Jesus hat es auch gehabt, auch wenn nicht die Kinder kamen und gequakt haben. Aber er hat den gleichen Kampf gekämpft, nicht wahr? Er hat die Selbstsucht überwinden müssen. Und somit wurde er jede Minute, jeden Schritt, den er ging, zum Überwinder. Ja, Hartmut? Und weil Hermann gerade bei Familie ist, Jesus hat ja sogar in seiner Kinderzeit musste er den Sticheleien seiner Geschwister auch liebevoll und sanftmütig begegnen. Du siehst ja deine beiden Jungs, wenn die da mal was haben, da geht es dann richtig gleich zur Sache. Aber das konnte Jesus nicht. Er dürfte nicht gleich zupacken und dann geht es los. Er musste mit Sanftmut, mit Glauben, mit Liebe reagieren, weil Luzifer wirklich immer nur damit bemüht war, ihn dazu zu verführen, einen Fehler zu machen und sagen zu können, guck mal Gott, nicht mal dein Sohn schafft es. Ja, danke. Also sagen wir es nochmal hier mit dem Zitat, was ist ein Bibelkommentar 309, welch wunderbare Verbindung von Gott und Mensch und Gott. Er hätte seiner menschlichen Natur helfen können, dem Einfall von Krankheit zu begegnen, wenn er Lebenskraft und nicht verfallende Energie aus seiner göttlichen Natur in die menschliche strömen ließ. Wann war er in dieser Versuchung? Am Kreuz, aber nicht nur? Die ganze Zeit, jede Sekunde des Tages und der Nacht, jeder Zeit und ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, ehrlich gesagt, wie die göttliche Lebenskraft in seiner menschlichen Natur strömlich ist, aber ich stelle es mir so vor, als ob das keiner merkt. Also es ist so, wie wenn wir in Gedanken uns einen sündigen Gedanken erlauben, merkt auch keiner. Also Gott merkt es schon, aber und irgendwo wirkt es auch in Taten aus, aber erst mal merkt es keiner. aber auch da blieb Christus treu und hat dem alle Zeit widerstanden, aber er erniedrigte sich zur menschlichen Natur. Welch eine Erniedrigung war das? Sie versetzte die Engel in Erstaunen und es sollte uns auch in Erstaunen setzen. Die Zunge kann es nie beschreiben, die Vorstellung nicht erfassen. Das ewige Wort willigte ein Fleisch zu werden. Gott wurde Mensch. Das war eine erstaunliche Demut. Also so musste Christus auf dieser Erde wandeln und er innerlich sein göttliches Ich gehüllt in seine menschliche Natur, die auch wir haben, aber überwinden musste er nicht aus eigener Kraft, nicht aus sich selbst heraus, nur mit der Hilfe Gottes, nur aus Glauben, und nur in der menschlichen Natur. Das verlangt die Teilhaberschaft an der göttlichen Natur. Und so sollen auch wir Christus nachwandeln, nicht aus eigener Kraft, nicht aus uns selbst, nur mit der Hilfe Gottes, nur aus Glauben, nur in der menschlichen Natur. Und so Frage? Und so ist auch im Psalm 71 16 das Wort, ich gehe einher in der Kraft des Herrn. So ging Christus über diese Welt. Er ging einher in der Kraft Gottes des Herrn. 71 60 wenn er es euch aufschreiben wollt. Aber es werden einige Beispiele beschrieben im Leben Jesu 697 bei seinem Verhör. Wenn ihr euch das einmal vor Augen führt, was das Ganze auch bedeutet hat. Oder wenn wir es mal mit uns selbst vergleichen wieder. wenn wir es mal mit uns selber vergleichen, wir haben also wir werden in diese Welt hineingeboren und wir merken irgendwann, wir sind in einer Welt der Rebellion. Die Menschen rebellieren gegen Gottes Gesetz. Ist es so? Und wir sind eigentlich Teil dieser Rebellion. Und wenn wir uns bekehren, dann wären wir Deserteure. Und wir sind Teilhaber dieser göttlichen Natur. Wir sind also dann auf dieser Ebene und unsere Neigung ist es in Anfechtung das zu verleugnen und wieder wie die Rebellen zu werden, die um uns herum sind. Wenn du ein Rebell sind, dann lassen sie dich in Ruhe. Wenn du kein Rebell bist, dann fechten sie dich an. Und das geht schließlich bis hin zur Verfolgung. Christus aber, als er auf diese Welt kam, kam er auch in diese Welt des Rebellen, aber er kam, wie in dem Gleichnis dargestellt wird, als der, der eigentlich der Eigner ist. Er kam in sein Eigentum und als solcher war er der König. Er war der König der Juden. Und als dieser König wurde er auch angefochten und diese Anfechtung bewirkte ja nicht so wie bei uns, dass wir uns dann so still aus dem Staub machen und uns gar nicht bekennen und irgendwie versuchen, uns aus der Affäre zu ziehen, sondern er war ja eigentlich geneigt, sein Königsein auch darzustellen, unter Beweis zu stellen. Und all die, die ihn da angefochten haben, die ihn beleidigt haben, die ihn angespuckt haben, die ihm die Dornkrone aufs Haupt gesetzt haben, oder vor dem Verhör der Hohepriester und alle Verantwortlichen, die ihn da beleidigt haben und auch geschlagen ließen, den hätte er doch durch ein leichtes beweisen können, dass er der König ist. Und genau dieser Versuchung war er jetzt ausgesetzt. Sein Verhör heißt es hier im Leben Jesu, durch Menschen, die sich wie Teufel aufführten, war für ihn ein fortwährendes Opfer. Von Menschen umgegeben zu sein, die sich unter der Macht Satans befanden, war empörend für ihn. Er wusste, dass er durch ein plötzliches Aufblitzen seiner göttlichen Kraft seine Peiniger auf der Stelle in den Staub werfen konnte. Gerade das machte seine Prüfung noch schwerer erträglich. Als Christus nun Verachtung begegnete, war er versucht, sein Erkenntnis zwingen, dass er Herr war über Könige und Fürsten, über Priester und Tempel. Doch es war seine schwere Aufgabe, sich zu der Stellung zu bekennen, die er als ein Mensch, gleich wie wir erwählt hatte. Es ist nicht wunderbar, dass Jesus seine Aufgabe so gut verstanden hat, dass er sich da keinen Fehltritt erlaubt hat, dass nicht ein Funken von Stolz in ihm erregt werden konnte, dass er dann auf das Drängen Satans hin seine Göttlichkeit offenbart hatte, weil er wusste, wenn er es tut, sind wir verloren. Also eine Demut ist das, eine erstaunliche Demut und eine derartige Größe, die für uns nicht zu fassen ist. Oder auch hier Satan führte diese unbarmherzige, den heilern beschimpfende Schar selbst an. Es war seine Absicht, den Herrn, wenn möglich, zu einem Vergeltungsschlag zu reizen oder ihn dazu zu bewegen, ihn zu seiner Befreiung ein Wunder zu wirken und auf diese Weise den Erlösungsplan zunichte zu machen. Ein einziger Makel auf Jesu Leben, ein einmaliges Versagen seiner menschlichen zu vereiteln. Aber er, der auf einen Befehl hin die himmlischen Herrscher hätte zur Hilfe rufen können, er, der durch eine Offenbarung seiner göttlichen Majestät die Menge hätte veranlassen können, in panischen Schrecken vor seinem Angesicht zu fliehen. Er unterwarf sich in vollkommenen Schweigen den hässlichsten Beschimpfungen und Ausschreitungen. Warum hat der Heiland das gemacht? Aus Liebe. Aus zu uns Sündern. Er demütigte sich selbst und nahm Sterblichkeit auf sich. Als ein Glied der menschlichen Familie war er sterblich. Aber als Gott war er der Brunquell des Lebens für die Welt. In seiner göttlichen Person hätte er den Anschlägen des Todes alle Zeit widerstehen und sich weigern können, unter seine Herrschaft zu geraten. Also das ist die Demut. Er nahm Sterblichkeit auf sich und hat auch in sich die Unsterblichkeit. Er ist der Brunquell des Lebens. Das hat er in sich, aber er nimmt den Tod auf sich. Er hätte nicht nur Krankheit, Müdigkeit, Hunger und Durst widerstehen können, er hätte auch dem Tod widerstehen können. Er hätte sich weigern können, unter seine Herrschaft zu geraten. Schlagt einmal auf, Johannes 10, Vers 18, Johannes 10, Vers 18. Johannes Evangelium, Kapitel 10, Vers 18. Johannes 10, Vers 18. Niemand nimmt es, das ist sein Leben, niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Wer hat die Macht? Er selbst. Er selbst hat die Macht, sein Leben zu lassen und wiederzunehmen. Das heißt, er muss freiwillig einwilligen. Also, er hat in sich den Brunnd Quelle des Lebens und hätte dem Tod widerstehen können. Aber er tat es aus Freiwilligkeit, um uns zu erlösen. Er legte sein Leben freiwillig nieder, auf das er so imstande wäre, Leben zu geben und die Unsterblichkeit ans Licht zu bringen. Er trug die Sünden der Welt und er trug die Strafe, die sich ein Berge gleich auf seine göttliche Seele wälzte. Er legte sein Leben als sein Opfer nieder, damit der Mensch nicht ewiglich sterbe. Er starb jedoch nicht, weil er dazu gezwungen wäre, sondern aufgrund seines eigenen freien Willens. Dies war Demütigung. Der ganze Schatz des Himmels wurde in der Gabe ausgeschüttet, den gefallenen Menschen zu retten. Er brachte in seine menschliche Natur alle lebensspendenden Kräfte, die Menschen benötigen und empfangen müssen. Also eine reine freiwillige Gabe, alles andere ist ja auch kein Opfer. Wenn wir uns das vor Augen führen und wieder zu dem Gedanken zurückkommen, dass er ja versucht wurde, in allem wie wir, doch ohne Sünde, dann wird uns klar, dass das, was er empfand und der Versuchung, der er widerstand, dass sie viel größer war, als die unsere. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass seine Versuchung viel, viel größer war. Und so wird es auch gesagt im Bibelkommentar, die menschliche Natur Christi ist mit unserer vergleichbar, doch er verspürte das Leiden noch eingehender. Also ist das mehr oder ist es weniger? Es mehr, denn seine geistliche Natur war frei von jeder Befleckung mit Sünde. Daher war sein Verlangen, dem Leiden zu entgehen, stärker als Menschen es erleben können. Ich will es noch mal etwas plastischer machen mit einem Beispiel. Vielleicht können wir das dann noch mal etwas erfassen, dass es ihm wirklich schwerer fiel. Ihr seht hier auf dem linken Bild eine wirklich arme Hütte. Könnt ihr das erkennen? Also die Familie wohnt in dieser Hütte. Ich weiß nicht wo. Aber die ist löchrig, die ist klein. Das ist also wird unseren Ansprüchen hier nicht gerecht. Und rechts daneben ist ein Haus, wie wir es in unseren Breitengraben öfter sehen. So, jetzt stellt euch mal vor, beide Familien, die da wohnen, tauschen ihre Hütten. Also die aus dem reichen Haus zieht in die arme Hütte. Und die aus der armen Hütte zieht in die reiche Hütte. Wem fällt es schwerer, wieder in seine alte Hütte zurückzugehen? Wem fällt es schwerer, wieder in seine alte Hütte zurückzugehen? Der Familie, die aus der armen Hütte kommt, oder? Ja, und bei Jesus ist das genauso. Also, er kam, er hätte auch gesagt, hätte auch sagen können, als er eine Anfechtung hatte, ich will zurück in meine Hütte. Wir sagen auch, also, wir können nicht gar nicht anders, als wieder nach hier unten fallen. Aber im Grunde genommen ist doch, wenn wir uns mit Jesus auf der Ebene der Teilhaberschaft der göttlichen Natur treffen und bewegen, das ist doch klar, dass seine Neigung viel größer ist, wieder zurück zu der Herrlichkeit zu gehen, aus der er kam, als für uns in diese Niedrigkeit zu gehen, aus der wir kamen, oder? Also ist doch für ihn die Versuchung noch viel schwerer und Gott. Somit ist seine Tat viel größer, als wir es uns irgendwie nur vorstellen können. Aber lass uns es zum Schluss einmal noch mal illustrieren, was wir jetzt gesagt haben. Jesus ist hier zur Linken, der Mensch zur Rechten. Jesus hat in sich, wie wir gesagt haben, sein eigenes göttliches Ich. Das entspricht im Grunde dem, was wir in uns haben, nämlich unsere verdorbene sündige Natur. Jesus wie auch der Mensch haben sich auf dieser Erde oder sollen sich auf dieser Erde bewegen als Teilhaber der göttlichen Natur. Und dabei ist es nötig, dass jeder seine alte Natur verleugnet. Jesus muss sein eigenes göttliches Ich verleugnen, sonst wäre der Erlösungsplan vereitelt gewesen. Wir müssen aber auch unsere verdorbene sündige Natur verleugnen, weil wir sonst in unserer Sünde sterben werden. Und Jesus wie auch der Mensch oder wie unser einer findet nur Rettung in der Teilhaberschaft der göttlichen Natur. Das heißt im Gehorsam gegenüber dem Gesetz Gottes. Und Jesus hat uns das vorgemacht, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur werden können im Glauben und Vertrauen auf unseren himmlischen Vater. Wir vertrauen auf Christus, der in uns lebt und der für uns diesen Weg schon vorgegangen ist. Und wir brauchen ihm nur nachfolgen. Wir wissen, dass Jesus diesen Weg gegangen ist und dass er das erlitten hat, was wir erleiden müssen und das noch viel stärker. Er hat dieses Spannungsfeld ertragen. hat die gleiche Selbstverleugnung gegen sein Inneres aufrechterhalten, um den Sieg zu haben und Teilhabe der göttlichen Natur zu sein. Und wir sind auch aufgefordert, Christus nachzufolgen, unserem inneren Natur zu widerstehen und somit Teilhabe der göttlichen Natur zu sein. Möge Gott uns helfen, dass wir diese große Gabe, die uns in Christus geschenkt ist, dass wir sie auch verstehen und dass wir sie auch behalten und dass wir sie nicht verwerfen, dass wir sie nicht leichtfertig behandeln, dass wir sie nicht billig betrachten als eine billige Gnade, die uns in einem Automatismus zugesprochen wird, sondern dass wir diese gleiche Kraft nutzen, die auch Christus genutzt hat. Möge Gott uns helfen, dass wir auf diesem Weg auch beständig vorangehen und dass wir nicht zurückfallen. Das ist mein Wunsch für uns. Amen. Wunsch